Garagen Die in der Nähe Dave hat was gefunden Was hast du denn da? Ein Geheimeingang Bestimmt was dahinter Vielleicht der Schatz Sehr verdächtig Aber wenn der Goblin jetzt rauskommt Oh, oh, da flitze ich Ah ne dahinter ist das Fenster Da sind die ganzen Reifen hier Bunkert einer Bunkert einer Reifen in Bunker Bunkert Bunkert Bunkert